Wie wir es noch schaffen können. Das CO2-Budget. Was bedeutet das Pariser Abkommen jetzt konkret? Dazu muss man vor allem wissen, dass das Ausmaß der globalen Erwärmung von der Gesamtmenge an CO2-Emissionen abhängt, direkt proportional ist. Das heißt, alle CO2-Emissionen seit Beginn der Industrialisierung zählen mit, weil das CO2 sehr, sehr lange in der Atmosphäre bleibt. Wir haben festgestellt, dass auch in 20.000 Jahren noch sehr viel von der CO2-Erhöhung in der Luft sein wird, die wir heute schon verursacht haben. Und daher ist es so, dass man die Atmosphäre mit CO2 anfüllt wie eine Badewanne mit Wasser, wenn der Stöpsel drin ist. Und wenn wir die Erwärmung auf eine bestimmte Gradzahl begrenzen wollen, dann können wir nur noch eine begrenzte Gesamtmenge an Kohlendioxid ausstoßen, so wie man nur noch eine bestimmte Wassermenge in die Badewanne einlassen kann, wenn man irgendwo den Wasserstand bei einer bestimmten Linie stoppen möchte. Diese Restgesamtmenge, die wir noch ausstoßen können, die heißt Emissionsbudget. Der Weltklimarat hat in einem Sondergutachten über 1,5 Grad für die UN ausgerechnet, wie viel CO2 wir noch als Menschheit insgesamt ausstoßen können, um unter 1,5 Grad zu bleiben. Das sind 500 Milliarden Tonnen ab 2020. Da wir jedes Jahr 40 Milliarden Tonnen ausstoßen, reicht dieses Budget gerade noch für zwölf Jahre. Und dann müssten wir schlagartig auf Null sein, weil wir es erschöpft haben. Das heißt also, wir können auch nicht noch wenige Jahre einfach so weitermachen oder gar wachsende Treibhausgasemissionen zulassen, sondern wir müssen sofort auf die Bremse treten. Die drei durchgezogenen Kurven zeigen alle drei dasselbe Emissionsbudget und damit auch dasselbe Ausmaß der Erwärmung. Sie unterscheiden sich nur darin, wann der Gipfel der Emissionen erreicht wird. Hätten wir ihn schon 2016 erreicht, dann hätten wir relativ langsam die Emissionen runterfahren können auf Null bis 2050. Aber mit jedem Jahr, dass wir später anfangen, die Emissionen zu senken, müssen sie auch wieder früher auf Null sein. Also es wird dann von beiden Seiten her, wird die Kurve steiler. Und wenn wir 2020 anfangen, die Emissionen wirklich weltweit abzusenken, dann haben wir immerhin noch 20 Jahre Zeit, sie auf Null zu bringen. Wenn wir aber erst 2025 anfangen würden, dann müssten wir vom Maximum auf Null runter innerhalb von zehn Jahren. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Was bedeutet das Emissionsbudget für Deutschland? Da kommen wir auf die wichtige Frage der Klimagerechtigkeit. Für das Klima kommt es nur auf die Gesamtmenge weltweit der Emissionen an. Wie sich die auf die einzelnen Länder verteilt, ist eben eine Gerechtigkeitsfrage. Wenn wir aber einfach mal davon ausgehen, wir vergessen die historischen Emissionen und gehen davon aus, dass dieses weltweite Emissionsbudget auf einer gleichen Pro-Kopf-Basis auf alle Menschen der Erde verteilt würde, dann hätten wir für Deutschland nur noch ein Emissionsbudget, wie es hier in dieser grünen Fläche gezeigt ist, in dieser Grafik. Das Blaue sind unsere vergangenen Emissionen. In Deutschland sind sie ja zum Glück schon gefallen. Aber um in unserer Pro-Kopf-Teilung, Zuteilung zu bleiben mit dem Budget, müssten wir auf diesem grünen Pfad vorangehen und schon vor 2040 auf Nullemissionen sein. Du sprachst. Vielen Dank.